Und, wie geht's in der Firma? Was machen deine Sicherheitssachen? Haben wir alles im Griff. Hast du jetzt auch alles an den TÜV Austria abgegeben? Nein, wir sind ja so ein junges Hands-On-Unternehmen. Wir machen uns das selber mit internen und externen Leuten. Das passt schon. Auch die 82B? Ja, das macht der Huber. Und die Maschinensicherheit? Der andere Huber. Ah, geht. Ich bin nur nicht so lieb. Servus Gaby, du bist wichtig? Ja, wegen dem TÜV Austria. Besprechen wir das morgen, okay? Nein, ganz kurz. Du wolltest dem Herrn vom TÜV doch antworten, ob wir jetzt die ganzen Zusatzangebote nehmen wollen. Also auch die 82B, die Maschinensicherheit, was haben wir denn noch gehabt? Die Aufzugsprüfung, den Brandschutzwert und das ganze Zertifizierungspaket. Das ist eh die ISO 9001 und 14.001 und das Risikomanagement. Mhm. Ja. Hallo? Hallo? Ich verstehe dich irgendwie so schlecht. Kannst du mir einfach sagen, nehmen wir das ganze Angebot? Ja, er soll uns das ganze Paket anbieten. Gut, dann geht's morgen raus. Danke dir. Ciao. Baba. Auf Wiedersehen. Ich bin ja auch nicht gedeppert, oder? Hab ich nie behauptet. Prost. Prost. Das Leben ist schwer genug. Baba. Abil aber auch nicht. Aber건heim! Auf Wiedersehen! Geist daswaiter Neue meinge mögliche. Ich bin so schnell bel рядer. Die Zeit ist ambiente hohes von Porque. Wir minimaler.